Das, was ich letzte Woche noch bemängelt habe, von der Einstellung her, wie wir es gespielt haben, ohne Elan, ohne Selbstvertrauen. Ich denke, das hat man heute gesehen. Die Mannschaft hat ganz anders auf dem Platz gestanden. Sie war sehr gut im Spiel, insbesondere auch in der ersten Halbzeit. Ich denke, da haben wir auch ein schönes Tor zurechtgeführt. Ich denke, wir sind aber auch in der zweiten Halbzeit gut rausgekommen. Bis zu den Ein- und Auswechslungen, die Fortuna Düsseldorf getätigt hat, da waren wir unsortiert. Das ist das, was mich von draußen gestört hat. Ich kam auch nicht mal von draußen so richtig rein in die Mannschaft, um da auch so die Anweisung dann zu vollziehen.